Hallo und willkommen bei Schattenwacht Tarot. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Stier für den Monat Mai 2022. Ich habe dafür zwei verschiedene Tarotex bereitgelegt und werde schauen, was für Sternzeichen Widder im Monat Mai vielleicht so anstehen könnte. Die Legung ist geschlechtsunabhängig zu bewerten, wenn hier Personenkarten auftauchen, Königinnen, Könige, Pagen, Ritter, ja. Alle Personenkarten bitte geschlechtsunabhängig bewerten und immer daran denken, es ist eine allgemeine Legung, an alle Stiergeborenen gerichtet, deswegen kann und wird das hier nicht auf jeden Einzelnen passen. Ja, wir starten einfach. Ich gucke, was steht bei Widder so an. Das ist so das Thema, die Herausforderung oder die Chance und dann schaue ich mir mal an, wie euer Umfeld darauf reagiert. Euer Partner, 5 der Kelche, euer Partner, euer Arbeitgeber, eure Freunde, je nachdem, mit wem ihr es hier im Mai zu tun habt und mit wem das hier stattfindet, was wir hier in den Karten sehen. Ja, erst mal hier 5 der Kelche, das ist die Trauerkarte, das ist auch eine Skorpionkarte. Vielleicht haben einige von euch es mit einem Skorpionkarte zu tun. Ja, bei 5 der Kelche, da ist eine Traurigkeit eine schwere, ja. So dieses Gefühl auch des schlechten Gewissens, dass man selbstverschuldet hier etwas versaut haben könnte. Drei Kelche sind umgefallen. Ja, jemand hat hier Traurigkeit und Schuldgefühle, weil er sie sich auf irgendwas Falsches fokussiert hat. Ja, hier hat man einfach sich mit den falschen Dingen, mit den falschen Menschen beschäftigt und dann sind diese drei Kelche passiert. Ja, und hier diese rote Farbe dazwischen deutet auch so das Herzblut an. Mir blutet das Herz, ja, im bildlichen Sinne gesprochen, weil hier etwas verloren scheint. Hier stehen aber noch zwei Kelche. Es ist noch nicht alles verloren. Aber dieser Mensch auf dieser Karte ist hier diesen zwei Kelchen abgewendet. Das heißt, dieser Mensch erkennt nicht, dass hier aber noch eine Chance besteht. Hier steht noch etwas. Aber in dieser ganzen Traurigkeit, in dieser schweren Gefühlslage kann man das gar nicht sehen, erkennen. Hier haben wir drunter auch die fünf große Arcana, der Hierophant. Ja, es ist schon eine sehr, also ich denke mal, es geht hier um das Thema Beziehung, um irgendwas Privates, um eine Liebe, die vielleicht länger zurückliegt. Also es ist auf jeden Fall eine Beziehung, die für euch eine sehr große Bedeutung hat oder in der Vergangenheit hatte. Ja, der Hierophant steht auch für Eheverbindungen, familiäre Angelegenheiten, also etwas von sehr großer Bedeutung. Dann haben wir hier diese Prinzessin der Schwerter. Das ist so dieses, ich will mich mal jetzt schlau machen, etwas auskundschaften, Informationen einholen. Ja, jemand ist hier neugierig geworden. Jemand will hier etwas herausfinden. Und dann haben wir noch diese Zehn der Stäbe, diese große Belastung, ja, könnte einfach auf der körperlichen Ebene sowas wie eine Überarbeitung sein, dass man sich überfordert fühlt derzeit, dass die Verantwortlichkeiten, die Arbeit, dass man da sehr angestrengt sich fühlt, dass man, ja, den Alltag als sehr anstrengend empfindet. Ja, ich lege erst mal weitere Karten und dann schaue ich mal, von wem das hier alles ausgehen könnte und in welchem Kontext das steht. So, ich lege mal jetzt Karten hier links auf deine Seite, lieber Stier. Aha, Zinder, Zinder Stäbe, ja, das ist hier deine Kraft oder auch nicht. Ja, liebe Stiere, was macht ihr denn? Arbeitet ihr so viel? Ihr seid hier im Mai schon etwas erschöpft. Auch eine kleine Pause. So, drei der Münzen, zwei der Münzen, sieben der Kelche, na komm, eine nehme ich noch, ja, Prinzessin der Stäbe. Ja, jetzt habe ich erst mal den Eindruck, dass es hier etwas Berufliches sein könnte, obwohl hier diese fünf Kelche ich erst mal auf der emotionalen Ebene wahrnehme. Es scheint mir irgendwas Berufliches zu sein, ja, weil wir haben hier diese drei der Münzen, die Prinzessin der Stäbe und diese zwei Münzen. Einige von euch haben hier zwei Jobs zu laufen oder machen eine neue Ausbildung oder eine neue Ausbildung neben dem Hauptjob. Auf jeden Fall sehe ich hier, ist sehr viel los, sehr viel Verantwortlichkeiten. Hier ist sehr viel zu tun. Ihr müsst hier regelrecht hantieren, jonglieren mit den Verantwortungen. Ja, es ist sehr, sehr anstrengend. Deswegen hier diese zehn Stäbe. Was noch dazu kommt, ist Folgendes, dass ihr zunehmend das Gefühl bekommt, dass das, was ihr hier vielleicht Neues gestartet habt oder starten wollt, vielleicht doch nicht das Richtige ist. Euch kommen große Zweifel. Und wenn es was Berufliches ist, dann sind es diese fünf Kelche, diese Enttäuschung, dass man sich auf etwas gefreut hatte, auf etwas eingelassen hat, was jetzt hier beim zweiten Hinschauen doch nicht so nachhaltig sein wird. Weil wir haben hier zusammen fünf der Münzen und ihr bekommt, wenn es was Berufliches ist, bekommt ihr das Gefühl, hey, das lohnt sich hier nicht. Diese ganze Arbeit, was ich hier reinstecke, lohnt sich nicht. Vielleicht ist das das Falsche für mich. Vielleicht kommt da am Ende doch nicht so viel Geld bei rum. Oder vielleicht hat dieser Job, diese Ausbildung doch keine Zukunft. Das lohnt sich nicht, sagt der Stirn manchmal. Und dann ist der Ofen aus. Wenn das hier was Privates ist, dann sehe ich, probierst du hier krampfhaft irgendetwas mit jemandem aufzubauen. Ja, etwas, eine stabile Beziehung, aber dir fehlt hier die Klarheit. Irgendwie blickst du hier nicht durch, was der andere möchte oder was er sie fühlt. Das fällt dir schwer und deswegen ist das eine Belastung für dich. Du machst hier vielleicht irgendwelche Angebote, probierst hier etwas Seriöses aufzubauen und der andere lässt sich da vielleicht ins Leere laufen. Oder zeigt dir nicht ausreichend Gegenengagement, dass du hier Vertrauen bekommst. Vielleicht bemühst du dich schon länger um einen Menschen. Und dieser Mensch lässt dich aber auflaufen und das ist eine Belastung für dich, weil du kommst hier nicht so richtig vorwärts. Dann haben wir hier diese Prinzessin der Stäbe. Ja, könnte ein Hinweis darauf sein, da ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen. Könnte aber auch wirklich für Naivität stehen. Ja, weil sieben der Kälte und die Prinzessin der Stäbe, das ist schon so eine naive Energie, wo man Dinge startet, beginnt, was aber weder Hand noch Fuß hat. Ja, die Prinzessin der Stäbe, die lässt sich da schnell von etwas begeistern, rennt da irgendwo hin. Aber beim Stier muss das auch nachhaltig langfristig funktionieren, sonst will der Stier schon mal gar nicht investieren. Ja, und das ist vielleicht hier die Frage, habe ich hier in das Falsche investiert? Ich schaue mal jetzt hier auf die Gegenseite, was da für Karten kommen. Ja, hier die Gegenseite, das kann hier dein Partner sein, dein potenzieller Partner, dein Flirt, dein Arbeitgeber. Ja, je nachdem, ich lege hier allgemein für den ganzen Monat. König der Stäbe, der ist sehr fordernd. So, was haben wir hier noch? Die Prinzessin der Kälte, die Königin der Stäbe. Wow! Der Ritter der Münzen. Da sind ganz schön viele Leute hier. Die nehme ich noch. Sieben der Stäbe. Beim Widder sind die auch gefallen. Diese Blockade Energie, was los? Leute. Also, wir haben hier König der Stäbe und Königin der Stäbe. Kein Wunder, dass du lieber Stierchen mit diesen zehn Stäben zusammenklappst. Das ist dir vielleicht zu viel Feuer. Das ist dir zu viel Action. Das ist eine Energie, die dich irgendwie leer saugt, habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, wenn das hier was Privates ist, einige Stiergeborenen werben hier um einen Menschen, der gebunden ist. Ich sehe hier ein Paar liegen. Vielleicht ist es ja das, was dich so anstrengt, lieber Stier. Du machst hier Hoffnungen auf jemanden, der gebunden ist. Und das ist noch eine sehr starke Feuerenergie, Widder, Schütze, Löwe. Die haben ein sehr hohes Tempo und die könnten dich mit diesem Tempo auch überrollen. Weil du kommst hier mit diesen ganzen Münzen, die du aufbauen möchtest. Ich glaube, dieser Mensch möchte keine Münzen. Der möchte hier nichts aufbauen. Also, momentan stelle ich mir selbst die Frage, was will denn dieser Mensch hier eigentlich? Weil wir haben hier einen Ritter der Münzen und eine Prinzessin der Kelche noch zu liegen und gleichzeitig diese sieben der Stäbe. Also erstmal, lieber Stier, du wirst blockiert von jemandem. Und das bringt hier diese Belastung mit sich, wo du nicht weißt, wie sollst du da weiter jetzt vorgehen? Alles, was du probierst, fruchtet nicht. Du wirst blockiert, du verstehst die Welt nicht mehr. Du verstehst auch nicht, was dieser Mensch eigentlich möchte. Und ich sehe auch, dass dieser Mensch hier sich sehr bedeckt hält, was er sie möchte. Weil hier haben wir einen Ritter der Münzen. Das ist zwar, ja, also hier, was so Stabilität, Aufbau angeht, will dieser Mensch momentan nichts so richtig aufbauen. Also hat hier keine konkreten Pläne oder zeigt diese Pläne auch nicht. Dann haben wir hier diese Prinzessin der Kelche. Das könnte hier auf so eine Flirt-Energie hindeuten, dass jemand mal gerne einen romantischen Abend verlebt und ein bisschen vor sich hin träumt. So vielleicht alte Zeiten, Nostalgie, aber im Alltag nicht. Ja, das könnte hier auch so ein charmantes Kokettieren sein, so ein Flirten, Fishing for Compliments. Ich sehe hier auch einen Menschen, der sehr begehrt erscheint. Also hier wird jemand auch sehr stark umworben. Ja. Und obwohl hier so viel Feuer ist, blockiert dieser Mensch. Dieser Mensch will momentan was ganz anderes. Ja. Hm. Ich schaue mal, wie das hier weitergehen könnte. Ach je. Der Ritter der Schwerter. Da kommt aber Tempo in die Geschichte rein. Gerechtigkeit. Der Stern. Acht der Münzen. Und hier auf der Seite. Drei der Stäbe. Die Mäßigkeit. Und sieben der Schwerter. So, ich habe jetzt zum Schluss noch alle Karten richtig schön nah herangesoomt. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle Karten wunderbar erkennen. Ja, wie geht es hier weiter? Mit dem Ritter der Schwerter. Das heißt, es kommt da Tempo rein in die Geschichte. Es könnte sich sogar relativ schnell überschlagen. Und ja, vielleicht rechnet hier die Gegenseite nicht mit deiner Reaktion, lieber Stier. Weil hier hast du die Gerechtigkeit. Ich glaube, du fällst hier für dich eine Entscheidung, dass du eventuell dich erstmal hier aus irgendwas zurückziehen möchtest. Ja, ich sehe hier mit dem Stern sehr viel Klarheit, die hier für dich reinkommt. Und ich glaube, ja, du bleibst hier weiterhin in deiner Mitte mit diesen Acht der Münzen. Du bleibst hier bei deinen Prinzipchen. Du bleibst bei dem, was du kennst, was dir Sicherheit gibt. Ja, du konzentrierst dich vielleicht auch vorübergehend erstmal auf das, was du hast. Und irgendwas könntest du abwerfen hier mit der Gerechtigkeit und mit dem Stern. Und ich könnte mir vorstellen, dass es der Gegenseite nicht so richtig gefallen wird. Und dann kommt auch schon die Reaktion. Aber ich muss dir sagen, hier auf der Seite des Gegenübers, hier, habe ich drei der Stäbe. Ich glaube, die versuchen hier, dir etwas zu versprechen. Die halten dir hier etwas vor die Nase. Die locken dich hier mit etwas, mit gemeinsamen Plänen. Ach, wie toll das alles wird, wenn dies und das. Aber es ist nicht ehrlich. Wir haben hier sieben der Schwerter, sieben der Stäbe. Die blockieren weiterhin und erfinden da zahlreiche Ausreden. Warum, weshalb etwas nicht geht oder noch nicht geht. Wir haben hier auch die Mäßigkeit. Alles deutet so wieder auf dieses Zurückhalten, auf Rückzug hin. Ja, also einerseits Interesse zeigen für ein bestimmtes Projekt, für eine Beziehung. Irgendwie sich alles offen lassen. Aber gleichzeitig nichts investieren. Ich sehe hier von der Gegenseite ganz wenig Investment. Hier sind überhaupt keine Münzen. Hier ist nur dieser Ritter der Münzen. Und das ist aber so eine Pauseenergie. Ja, ich will zwar, aber jetzt noch nicht. Und ja, ich glaube, du wirst dich hier rausziehen aus einer Sache. Und dann kommt auch ganz schnell die Reaktion. Ja, spannend. Na gut, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Mai. Genießt den Frühling, das schöne Wetter. Ja, alles Gute. Tschüss.